Heute geht es darum, welchen Einfluss hat NoFap auf dein Datingleben. Ein sehr wichtiges Video, ich werde das Ganze von beiden Seiten beleuchten, denn es gibt auch hier nicht nur positive Eigenschaften, es gibt auch ein paar Nachteile. Dennoch überwiegen eindeutig die Vorteile, warum, wieso, weshalb das erfährst du in diesem Video. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Sichere dir dein eigenes Praxisbuch vom Beta zum Alpha für nur 16 Euro, wenn du dein Leben, das deiner männlichen Verwandten oder Freunde auf das nächste Level bringen willst. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Erstens, NoFap wird dafür sorgen, dass du dieses Feuer wieder entfachst, diesen Drive wieder ausbildest und diese Motivation verspürst, jeden Tag besser zu werden. Du bist es einfach leid, an demselben Punkt stehen zu bleiben, zu stagnieren und diese vollen Kompromisse zu leben, in der Komfortzone zu bleiben, so wie es die ganzen anderen Männer machen. Du bist jetzt an dem Punkt, dass du sagst, du willst einfach besser werden. Warum? Weil du weißt, umso mehr du dich selber verbesserst, desto mehr Erfolg hast du natürlich auch im Dating-Bereich. Das heißt, du arbeitest daran, nicht nur deinen Körper aufzubauen, dich besser zu ernähren, deinen Status hochzufahren, indem du mehr Netzwerke knüpfst, mehr Freundschaften aufbaust, mehr Menschen hilfst, sondern natürlich arbeitest du auch daran, deine Finanzen zu optimieren, indem du dich weiterbildest, dir neue Möglichkeiten erschließt, in den Vertrieb eventuell nebenberuflich einsteigst und einfach mehr aus dir rausholst, Tag für Tag, jeden Tag besser wirst, indem du dich selber mit dir selber challengest, anstatt dich mit anderen zu vergleichen und jeden Tag ein Prozent besser wirst. NoFap wird dafür sorgen, dass du dieses Bedürfnis, jeden Tag besser zu werden, stärker als jemals zuvor verspüren wirst. Außerdem wird NoFap dafür sorgen, dass du mehr Mut hast, auf Frauen zuzugehen. Du hast den Mut, Frauen anzusprechen, das auszudrücken, was du willst, dein Interesse zu kommunizieren und das nicht länger in irgendwelche Taschentücher zu lenken und dich mit irgendwelchen Online-Pixeln zufrieden zu geben. NoFap sorgt dafür, dass du deutlich weniger Charme verspürst und mehr Selbstbewusstsein hast. Warum? Du schaust dir keine Sachen mehr an, die gegen deine eigenen moralischen Werte gehen. Du machst das, was die beste Version deiner selbst täglich machen würde, nämlich, wenn überhaupt, dann dich mit richtigen Frauen auszuleben oder es sein zu lassen. Und das wird dafür sorgen, dass du auch mehr Selbstbewusstsein hast, was dann auch wieder positiv sich auf das Thema Dating auswirken wird. Dazu kommt, dass du nicht mehr so abgestumpft sein wirst. Die Abstumpfung, die durch den P-Konsum hervorgerufen wird, die wird aufgehoben. Du wirst alle Frauen im Allgemeinen deutlich attraktiver finden, wenn du auf NoFap bist. Warum? Weil du jetzt nicht mehr diese Hardcore-Fetische dir die ganze Zeit anschaust, sondern wieder sensibilisiert wirst. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil du dann natürlich auch wieder mehr Bock hast, überhaupt in dem Bereich was zu machen. Dazu kommt, dass NoFap die Fähigkeit zu intensiven Beziehungen verstärkt. Das heißt, du fühlst generell eine größere emotionale Bandbreite, hast allerdings gleichzeitig auch eine bessere Kontrolle darüber. Das heißt, egal ob es jetzt um den Dating-Bereich geht, wo es ja in diesem Video darum geht, dass du mehr Emotionen verspürst, dass du bindungsfähiger bist und dass du nicht mehr so komplett abgestumpft bist, auch in anderen Bereichen, was Freundschaften zum Beispiel angeht, was jetzt nichts mit Dating zu tun hat, Männerfreundschaften, auch da bist du in der Lage, Mitgefühl zu empfinden, dich in andere mehr rein zu versetzen, andere besser zu verstehen, aktiv zuhören zu können. Auf jeden Fall deutlich mehr, als wenn du noch psüchtig bist. Ein weiterer Faktor ist, dass du deutlich männlichere Energie ausstrahlen wirst. Das heißt, du kriegst natürlich auch anderes Feedback von Frauen, mehr Zeichen von Frauen, berichten sehr, sehr viele, wenn sie auf langen Streaks sind, weil sie sich einfach anders nach außen präsentieren, dadurch eine andere Ausstrahlung haben und viel mehr männliche Energie in sich haben. Das führt außerdem dazu, dass du durchsetzungsfähiger, zielstrebiger und vor allem hartnäckiger bist. Das ist sehr wichtig. Natürlich achtest du und respektierst du die Grenzen von Frauen. Wenn Frauen dich aber testen und dich mal abweisen, lässt du dich nicht davon komplett aus der Ruhe bringen und gehst dann komplett zurück und machst gar nichts mehr, sondern du gehst dann zwei Schritte zurück, um wieder einen Schritt nach vorne zu gehen und bleibst eben einfach da dran und holst dir das, was du willst. Und das nennt man Hartnäckigkeit und das ist auch sehr attraktiv im Dating Game. Natürlich, wenn du auf NoFap gehst, geht es nicht nur um NoFap. Ich habe das schon so oft gesagt, dass gewisse Routinen essentiell sind, sonst ist NoFap sogar gefährlich. Und zum Beispiel die Routine Meditation ist ein Muss, die du täglich mit einbaust. Achtsamkeitstraining, um auch deinen Geist zu trainieren, wird dafür sorgen, dass du durch NoFap stoischer werden wirst. Ja, also männlicher. Und dieses Stoische sorgt dafür, dass du emotional regulierter bist und nicht mehr impulsiv auf irgendwelche Dinge einfach überreagierst. Auch das wird dazu führen, dass du in deinem männlichen Frame bleibst und tendenziell feminine Frauen eher in dein Leben ziehst. NoFap wird für eine bessere und reinere Haut sorgen. Natürlich muss man dazu sagen, wenn du so wie ich jetzt zum Beispiel die letzte Woche wieder mal ein Experiment machst, ich habe sonst null Milchprodukte in meiner Ernährung drin, gar nicht. Letzte Woche habe ich nochmal ein Experiment gemacht, Bio-Rohmilch, Schafsmilch habe ich nochmal getrunken, habe direkt wieder gesehen, mein Körper reagiert da nicht gut drauf. Auch wenn da einige Nährstoffe enthalten sind, ist mein Körper an der Stelle da nicht unbedingt für gemacht. Manche vertragen das besser. Bei mir hat man es direkt gesehen, Akne geht wieder los dadurch, deswegen lasse ich das auch raus. Aber gehen wir mal davon aus, du hast jetzt eine gleichbleibende Ernährung, machst jetzt nicht irgendwelche Experimente mit Milchprodukten oder ähnlichen, wo du guckst, ob dein Körper mit Akne reagiert oder nicht. Wenn du dich gleichbleibend ernährst, aber auf NoFap gehst, wird deine Haut tendenziell reiner und deutlich sauberer werden. Und das ist natürlich auch wieder attraktiver für alle Frauen. Nächster Punkt, viele haben auch rein aus Erfahrungsberichten bestätigt, dass NoFap den Haarausfall verlangsamt. Also wenn du Geheimratsecken hast, wird das Ganze deutlich stärker verlangsamt werden, wenn du auf NoFap gehen wirst. Manche haben sogar auch berichtet, dass sie auf besonders lange NoFap Streaks wieder erneutes Haarwachstum genau da bekommen haben, wo die Haare ausgefallen sind. Allgemein wurde auch ein stärkeres Haarwachstum berichtet, aber besonders da, wo du gerne Haare haben möchtest, auf dem Kopf, da ist ein verstärktes Haarwachstum auch berichtet worden von einigen Leuten. Musst du einfach mal auf YouTube suchen, ja, das ist im englischsprachigen Raum. Da gibt es einige, die darüber berichtet haben, dass die Haare wieder zurückgekommen sind. NoFap wird dazu führen, dass du deutlich besseren Vollkontakt haben wirst, der sich deutlich besser anfühlen wird, der Vollkontakt, zufriedener und befriedigender sein wird. Warum? Du bist deutlich sensibler auf NoFap, du hast einfach mehr Erfüllung dabei, wenn du das Ganze im richtigen Leben auslebst und das ist ein großer positiver Faktor. Allerdings muss man auch dazu sagen, das ist jetzt der erste negative Faktor von NoFap, wenn du jetzt gerade auch zwischen den Tagen von 0 und 30 Tagen NoFap bist, auch auf Seaman Retention, dann wird es bei vielen dazu führen, dass du tendenziell schneller kommen wirst. Das heißt, es kann sein, dass du schon nach 1, 2 oder 3 Minuten kommen kannst und das ist ein Punkt, den du dir bewusst machen musst. Das heißt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du kommunizierst das von vornherein direkt und sagst, hey, der erste Schuss wird halt ein bisschen schneller sein, in der zweiten Runde wird es dann deutlich länger gehen. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du die 90 Tage NoFap schon abgeschlossen hast, kannst du dich darauf konzentrieren, die Kraftsperre zu erlernen, sodass du unendliche Ausdauer hast, solange wie du willst Vollkontakt haben kannst und entsprechend auch in der ersten Runde natürlich, solange wie du willst, deinen Spaß haben kannst. Dazu habe ich aber schon mal ein Video gemacht. Ich bin jetzt nicht der Experte für den Bereich Kraftsperre, ich bin der Experte für den Bereich NoFap. Das heißt, ich helfe dir, die solide Basis aufzubauen. Und wenn dich das Thema interessiert, einfach mal auf meinem Kanal Kraftsperre suchen. Ich habe dazu schon ein Video mit dem Experten für diesen Bereich gemacht. Ein weiterer Faktor. Du findest raus, was dir wirklich gefällt. So viele sind so krass beeinflusst vom P-Konsum. Das heißt, es bilden sich diverse Fetische aus, die nicht mehr mit deinen moralischen Werten übereinstimmen. Und wenn du dich langfristig, mindestens die 90 Tage, vom P-Konsum entfernst, dann wird dein Gehirn sich wieder erholen. Und wenn sich dein Gehirn erholt, dann wirst du alle diese Fetische auflösen können. Nach und nach. Manche brauchen auch länger als 90 Tage. Aber 90 Tagen ist der Großteil des Reboots abgeschlossen und du wirst wieder verstehen, was du wirklich willst. Was also wirklich du bist und was durch den P-Konsum in dein Leben getreten ist. Das wirst du herausfinden. Ein weiterer Faktor, du wirst deutlich stärker polarisieren. NoFap wird dazu führen, dass dir klar wird, wer du bist, was du willst und was du auch nicht willst. Und das ist auch gut so. Du musst nicht mit jedem immer cool sein. Du kannst auch anecken. Und genau dazu wird NoFap führen. Dass du zu deinen Überzeugungen stehst, dass du weniger darauf gibst, was andere von dir denken und dass du für das einstehst, was du willst. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass du stärker polarisierst, sodass du eben die Frauen, die du in deinem Leben haben willst, stärker anziehst und die Frauen, die du eh nicht in deinem Leben haben willst, auch stärker abstoßen wirst. Was auch noch zu erwähnen ist, es ist natürlich notwendig, dass du auf NoFap weiterhin täglich an deiner emotionalen Intelligenz arbeitest. Denn NoFap an sich ist eine sehr, sehr positive Sache. Wenn du einen langfristigen NoFap-Streak hast, wirst du die von mir erwähnten Benefits mit hoher Wahrscheinlichkeit verspüren. Wenn du jetzt aber gerade am Anfang stehst, was NoFap angeht, und merkst, dass du da Probleme hast, dann wird das definitiv eine schwere Phase sein. Das heißt, du hast erstmal eine deutlich schwierigere Zeit vor dir, gerade was das Dating-Game auch angeht. Darauf gehe ich gleich noch ein. Aber dafür langfristig wird es dir viel leichter fallen und dafür wirst du auch langfristig mehr Erfolge haben. Warum hast du jetzt, es ist kurzfristig schwerer, gerade wenn du mit NoFap erst anfängst. Weil du in der Anfangsphase den Entzug hast, tendenziell impulsiver sein wirst, tendenziell schneller Frust verspüren wirst, tendenziell schneller gereizt sein kannst, wenn irgendwas nicht so funktioniert oder du abgelehnt wirst und du dadurch auch tendenziell eher wieder getriggert bist, rückfällig zu werden. Deswegen ist es eben ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, wenn du am Anfang stehst, kann es erstmal deutlich schwerer sein und dir auch das Dating-Game ein wenig erschweren. Wenn du aber langfristig dran bleibst und auch langfristig Erfolge hast, wird es dir das Dating-Game deutlich vereinfachen. Und dessen musst du dir bewusst sein. Es ist auch ein Vorteil meiner Meinung nach, weil du auf NoFap deutlich schneller lernen wirst, dich regen manche Sachen einfach mehr auf, wenn sie nicht funktionieren oder irgendwelche Sachen nicht so laufen, wie du es dir vorstellst. Und das musst du einfach in die richtige Richtung lenken. Dass du diese Unzufriedenheit, die du dann verspüren wirst, in die Richtung lenkst, dass du besser wirst, dass du deine Fehler analysierst, daraus lernst und zur besten Version deine selbst wirst und dadurch dann auch die anderen überholst, die eben nicht auf NoFap sind, denen das alles völlig egal ist, die nie gereizt sind, die nie irgendwelchen Frust verspüren werden, den sie in irgendeine Richtung lenken müssen, sondern die einfach die ganze Zeit gleichgültig sind, was das angeht. Und die haben natürlich aber auch nicht diesen Drive und diesen Mut, auf Frauen so krass zuzugehen. Das heißt, das ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Aber mach dir da einfach bewusst, du musst es nur in die richtige Richtung lenken, an dir arbeiten und dann langfristig auf NoFap wird es dir deutlich leichter fallen und langfristig wirst du dadurch auch deutlich mehr Vorteile bekommen. Wenn du jetzt gerade in der Anfangsphase bist, die 90 Tage NoFap nicht geknackt hast, du denkst, hey, das klingt alles schön und gut, aber ich will endlich in die Umsetzung kommen, ich will die 90 Tage NoFap schaffen, ich will meinen eigenen Wert exponentiell steigern und dann aktiv ins Dating-Game reingehen, um entweder eine Rotation aufzubauen oder eine monogame Beziehung einzugehen. Wenn du das Ganze möchtest, ja, und du merkst, du kommst nicht in die Umsetzung, dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Wenn es dir gefallen hat, lass mir auf jeden Fall ein Like mit am Start. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.